Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir den KNX Rohrmotor von Rademacher vor. Raffstores und Jalousien gehören eigentlich mittlerweile zum Standard in jedem intelligenten Gebäude. Angesteuert oder angeschlossen werden sie meist durch einen Jalousie- oder Rollladenaktor in der Verteilung, der dann mit einem mehrartigen Kabel mit dem Rohrmotor verbunden wird. Das hat den Vorteil, ich kann zentral alle Jalousien bedienen, hat aber den Nachteil, eine echte Rückmeldung, ob zum Beispiel ein Hindernis den Lauf des Rollladens blockiert, habe ich nicht. Rademacher hat nun die Vorteile des KNX-Systems mit den Vorteilen eines intelligenten elektronischen Rohrmotors verbunden. Das heißt, innerhalb des Rohrmotors sind jede Menge Sensoren, die die Hindernisse erkennen bzw. die Blockierung des Pahangs erkennen können und können diese Daten alle an den KNX weitersenden. Wir haben uns jetzt mal ein durchschnittliches Einfamilienhaus vorgenommen und vergleichen jetzt den Ansatz der konventionellen Antriebe im Vergleich zum KNX-Rohrmotor von Rademacher. Die Mehrkosten des Antriebs allein belaufen sich auf ca. 60 bis 80 Euro im Vergleich zum konventionellen elektronischen Antrieb. Diese Kosten relativieren sich aber, wenn man mal ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 15 Antrieben anschaut. Neben den Kosten für die Jalousie-Aktoren kommt natürlich auch noch die Kosten der Kabel und Leitungen hinzu sowie die Verdrahtung innerhalb des Schaltschranks. Für den Mehrpreis des KNX-Rohrmotors erhält man einen intelligenten Motor mit automatischer Endpunkteinstellung und aktiver Rückmeldung an den KNX-Bus, was sich in dem Fall positiv auswirkt, weil es erspart Platz und Verdrahtung innerhalb der Verteilung ist. Man kann hier fast sagen, wenn man Kosten, Nutzen und Funktionen vergleicht, kommt man mit dem KNX-Rohrmotor von Rademacher fast preisgleich zur konventionellen Lösung heraus. Schauen wir uns jetzt nun das Herzstück jedes KNX-Gerätes, nämlich die Applikationen näher an. Die Applikation an sich ist verhältnismäßig ausführlich. So stehen neben zwei Universal-Sperrobjekten auch eine separate Automatik-Sperre zur Verfügung. Über die Automatik-Sperre lässt sich zum Beispiel die Funktion realisieren, dass die Terrassentür nicht herabfahren kann, wenn diese Tür geöffnet ist. Zudem stehen diverse Sicherheitssperren zur Verfügung, die auch noch separat konfiguriert werden können. Über das Szenenobjekt können weiterhin bis zu acht Rollladenpositionen automatisiert angefahren werden. Hier nochmal die Vorteile für dich zusammengefasst. Innerhalb der Verteilung ist keine weitere Aktorik notwendig. Der Verdrahtungsaufwand sowohl innerhalb der Verteilung als auch zu den Rollladenmotor ist wesentlich geringer und die integrierte Hindernis- und Blockiererkennung ermöglichen viele Funktionen der Störungsanzeige und Weitergabe am KNX-Bus. Der KNX-Rohrmotor von Rademacher kann eine gute Alternative zum konventionellen Anschluss der Rohrmotoren über KNX-Aktoren darstellen. Er erspart jede Menge Platz. in der Verteilung und die Leitungsverlegung ist wesentlich einfacher. Wenn du Fragen hast zum Produkt, komm gerne auf uns zu, ruf uns an oder schreibe uns eine Mail.